Ein fröhliches Hallo an dich! Ich bin's wieder! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie eben schon oder in meinem letzten Video angekündigt, jetzt noch kurz ein Video zum Ausverkauf vom Mini-Katalog. Der endet ja jetzt auch. Also nicht nur haben wir den Sale vom Jahreskatalog. Nein, es ist ja auch der Ausverkauf vom Mini-Katalog. Und ich meine, das Wichtige mit den meisten Rabatten und den meisten Produkten, die das Sortiment verlassen, das ist auf jeden Fall im Jahreskatalog gegeben. Deshalb hatte ich das Video auch als erstes gemacht. Schau dir das gerne einmal in Ruhe an. Jetzt einmal, ja, eigentlich recht kurz zum Mini-Katalog. Es hält sich wirklich sehr kurz. Und ich würde sagen, du kommst mit auf den Tisch und dann gehen wir den Mini-Katalog einmal schnell durch. Und dann siehst du auch dort, was uns verlässt, was bleibt. Und falls es irgendwo Rabatte gibt, dann verrate ich dir das auch. Bis gleich! Hier siehst du nochmal die zwei Kataloge, um die es sich handelt. Also das ist das große Stück mit all den vielen Rabatten und vielen Produkten, die unser Sortiment verlassen und wo du richtig, richtig, richtig tolle Schnopper abstauben kannst. Jahreskatalog. Schau dir gerne mal ein anderes Video an. Da sind wir den Katalog einmal zusammen durchgegangen. Um den geht es jetzt nicht mehr. Jetzt geht es um den Mini-Katalog. Der endet jetzt auch. Und den gehen wir einfach mal ganz schnell durch. Ist wirklich, wirklich schnell. Im Vergleich zum anderen Video ist es super kurz. Und hauptsächlich ist es tatsächlich so, dass ganz viele Produkte übernommen werden. Nur nicht mehr als Produktpaket, aber die einzelnen Produkte. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach schnell. Nicht so viel Geschnackel. Es ist jetzt schon mittlerweile 10 vor 2 in der Nacht. Ich muss dringend ins Bett. Wir gehen das jetzt einmal flott durch. Also, die Produktreihe Honigsüß. Da verlässt uns das Geschenkband. Die quadratischen Kissenschachteln mit 30%. Die sind jetzt 6,83 Euro teuer. Die selbstklebenden Herzen gehen und das Designerpapier geht. Alles ohne Rabatt. Und bei dem Produktpaket, wie eben schon angekündigt, da endet nur der 10%-Vorteil vom Produktpaket. Aber das Stempelset und auch die Handstanze, die werden beide übernommen. Dann auf der nächsten Seite das gleiche. 10% Rabatt gehen verloren. Aber das Stempelset, wie auch die Stanzform mit viel Liebe, die gehen ins Sortiment oder bleiben im Sortiment, gehen ins Sortiment des Hauptkatalogs über. Dann hier das gleiche. Die Hexagone von Herzen. Das Produktpaket verschwindet. Aber beide Produkte bleiben uns erhalten. Dann das gleiche. Hier auch mit der schönen Überraschung. Beides bleibt uns erhalten, aber nicht mehr als Produktpaket. Hier bei der Produktreihe Ewige Liebe bleibt uns das Geschenkband erhalten. Die Schmucksteine bleiben uns erhalten. Die Umschläge und auch das Designerpapier. Das verlässt uns jeweils. Und beim Produktpaket ist es wieder so, die 10% gehen verloren, aber beide Produkte bleiben uns erhalten. Beim Friedlichen Hain genau das gleiche Spiel. Hier ist es auch, dass hier das Produktpaket als Produktpaket nicht mehr existent ist, aber alle Produkte einzeln bestellbar sein werden. Hier das Hills of Tuscany. Das verlässt uns. Hier auch wieder filigrane Fahne. Beides bleibt uns erhalten. Dann bei der Lavendelblüte ist es so, da, soweit ich das jetzt sehe, bleibt uns alles erhalten. Von den Schmetterlingen und die Schmucksteine und das Designerpapier. Vielleicht habe ich es nicht ganz richtig gesehen, aber ich glaube, es bleibt uns tatsächlich erhalten. Und von den Produktpaketen ist es bei beiden so, nein, gar nicht. Also da bleiben uns die beiden Sachen. Und hier bei dem ist es so, dass tatsächlich das Stempelset geht, aber die Stanzformen bleiben. Also hier diese Briefmarken, ich komme mal ein bisschen näher, diese kleinen Briefmarken, dieses Stanzformset, die bleiben uns erhalten und das Stempelset verlässt uns, aber ohne Rabatt. Dann das Easter Lilies. Da verlässt uns das Stempelset und die Stanzformen mit 50% auf 21 Euro. Bei dem Hasen ist es so, das Stempelset, das verlässt uns und die Stanzformen, die gehen mit 60%. Also die lohnen sich echt. Das ist ein toller Schnapper mit den 60%. 12,40 Euro. Dann hier mit dem vielseitig verziert, mit diesen tollen Kreisen und Rechtecken. Da bleiben uns auch wieder beides erhalten, zweiten Stempelset, wie auch Stanzformen. Das auch. Der Kuchen bleibt auch. Und hier beim Blumenstammt ist es so, auch wie das Produktpaket geht, aber beide Produkte bleiben. Und bei Fahrt durch die Lüfte ist es so, das Designerpapier verlässt uns, die Kordeln und die Glitzis bleiben. Und auch die Produkte aus dem Produktpaket bleiben. Nur der 10% Rabatt, der fällt weg. Hier ein guter Tag, das wird gestrichen. Das Stempelset glückliche Momente bleibt. Beim Eis ist es so, die 10% verlieren wir, aber die beiden Produkte bleiben. Ich habe ja gesagt, wir kommen flott durch. Das bleibt uns alles erhalten, nur nicht mehr als Produktpaket. Und bei der lieblichen Natur, da verlässt uns das Kunstlederband. Die selbstklebenden Korkkreise verlassen uns. Das Designerpapier bleibt aber. Und bei diesen beiden Produktpaketen ist es so fein und lieblich. Das bleibt uns erhalten. Naturbotschaften, das geht beides, aber ohne Rabatt. Dann haben wir Rabatte bei dem Kartensortiment, Erinnerungen und mehr. 30% auf 8,58 Euro. Und auch 30% auf die Karten- und Umschläge, Erinnerungen und mehr. Dann 30% auf Letzt. Chat. Die beiden, die bleiben uns erhalten. Genauso wie dieses Stempelset. Und von der Kinderreihe, da bleiben uns die Glanzschmucksteine erhalten. Das Designerpapier, das geht. Und auch vom Produktpaket, die beiden Stempelset und Stanzform, die bleiben uns auch erhalten. Genauso wie auch hier, beim Platz an der Sonne. Und auch hier bei den beiden, beim U-Boot, wie auch bei der Kuh. Das, da freue ich mich ja besonders drüber, dass die Kuh bleibt. Die fand ich ja immer schon toll. Und beim Rockmix, das wird rausgeschmissen. Und zwar die Blitze und Sterne, die gehen. Das Designerpapier geht mit 10%. Und Achtung, das Stempelset, wie auch die Stanzform, gehen jeweils mit 50%. Also das Stempelset für 15 Euro und die Stanzform für 18 Euro. Also kannst du quasi dieses gesamte Produktpaket, ja, zum Preis von nur den Stanzform oder nur dem Stempelset, je nachdem, wie du es sehen willst. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn das was für dich ist. Dann versuch es beim Ausverkauf abzustauben. Dann das hier, das Set, das finde ich ja auch so toll. Das bleibt uns auch erhalten. Nicht mehr als Set, aber die Produkte. Das bleibt uns erhalten. Dann haben wir das Beach Day, den Tag am Strand. Da bleiben uns auch die beiden Produkte erhalten. Dann Cliffs of the Ocean. Das geht mit 30% für 21 Euro. Bei der poetischen Vielfalt ist es so, da geht das Designerpapier. Die Schmucksteine bleiben. Und die Stanzformen verlassen uns mit 40%. Und die kann ich dir wirklich ans Herz legen. Für 27 Euro. Das sind ja diese Stanzformen mit diesen ganz tollen Basics-Stanzen. Also das Stempelset, das bleibt uns erhalten. Das finde ich auch total toll. Ich finde es echt schade, dass die Stanzformen uns verlassen. Aber mit so einem tollen Rabatt, also wenn du noch so ein paar Basic-Stanzformen brauchst, solche Runden und Halboval, dann kann ich dir dieses Stanzform-Set total empfehlen. Das hier bleibt. Dann haben wir noch Rare Rose. Da bleibt uns auch beides erhalten. Und der Vogel bleibt. Und damit haben wir es schon durch. Also das ist wirklich eine kurze Nummer. Es sind wirklich nur ein paar Produkte, die uns verlassen. Die Stanzformen finde ich ganz schade, dass die uns verlassen. Aber wie gesagt, mit super tollen Rabatten. Und ansonsten bleibt uns fast alles erhalten. Nur halt eben nicht mehr als Produktpaket. Das heißt, wenn du die Sachen noch haben möchtest, dann lohnt es sich, noch vor dem Sale, dann also jetzt bis noch Ende März, das zu bestellen. Weil jetzt kriegst du noch die 10%. Ab dann dem neuen Katalog, dann sind sie nicht mehr im 10%. Wobei es quatscht, in April über ist es ja auch noch mit 10%, sondern erst dann, wenn der neue Katalog startet, dann ist es nicht mehr mit dem 10% Rabatt erhältlich. Genau, das war's schon. Wir haben jetzt 2 Uhr in der Nacht. Ich muss jetzt das Video noch schneiden und hochladen, damit du das morgen früh zum Käffchen in Ruhe genießen kannst. Und ja, solltest du noch keine Demonstratorin haben, dann melde dich gern bei mir. Dann schicke ich dir den neuen Jahreskatalog zu. Also der alte ist ja dann raus. Und den neuen schicke ich dir sehr gerne zu. Und ja, bei Fragen wie immer jederzeit gerne melden. Und ich gehe jetzt ins Bett. Und dir wünsche ich einen wunderbaren Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.